ja ich glaube ich jetzt mein die richtung hier so so ich versuche natürlich alles zu treffen wenn oder da hinten geht es runter grinsen hat es nützt ach nee war bloß ein junk fähler ich weiß auch nicht wieso der so spät das wieso der so langsam lädt ich hab doch Frost Tienz schuhe hier Warte, muss ich Anlauf nehmen? So. La la la. Ich finde es cool. Komm hier einfach mal weiter über das Wasser läuft. Oh, 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 ich sehe was. Ich sehe was richtig Geiles. Ein Schiff. Mama, ein Schiff. Okay, ich glaube diesmal bin ich irgendwie wieder von der richtigen Seite rein. Oh, das sind schon... Spawner. Ja, komm. So. Alter. Alter. Macht den mir einfach mal megamäßig. Oha. Puh. Mal ohne Spaß jetzt. Oh, der hat gerade Krieg angezeigt. Ich sehe hier nichts. Ich sehe hier nichts. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Wo ist dein Healer? Diese Fuck-Healer. Muss sterben. Alter, wir gehen ja eine rein drücken. Hallo, bewegt dich. W-Taste funktioniere. Wie kann man denn... Wie kann denn die W-Taste nicht bei mir funktionieren? Nee, das ist ja das Letzte. Okay. Gibt alle nichts, ja. Guckt euch an. So. Leermachen. Oh. Warte, was war das? TNT. Pff. Pff. Oh. 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 Der hat mir einfach mal nicht angegriffen. Finde ich gut. Tidim. m nun Spaß wird auch zu wenig schweißen wir haben eine Tastatur nicht weiterhin um durch den ganzen getroffen und ich bin nicht von den Treffen ganz genau gehen Oh oh Oh, Übelkeit Wo kommt denn die her? Wo kommt denn die alle her? Puh Hi Hallo, läuft durch Meine Güte Ich brauch diese Kacke hier nicht Aber ich feuere jetzt hier einfach mal ab So Ja, voll So sieht's aus Warte, Ei Goldnucket? Was braucht denn Goldnucket? So, wir machen nicht so, dass der hier mich Gerade würde ich sagen, ich will so machen, dass mich keiner mehr trifft jetzt Und schon ist passiert Alter Alter Will nicht So, du bist jetzt auch weg So, du bist jetzt auch weg Dumm Jetzt kommt die Scheiße mit den Sch... Tompies noch dazu Und mit den Spinnen, ey Wenn die wegbleiben würden, dann wäre alles okay, ja Oh, oh, oh Oh, da ist da reingeb'n Was, wo bin ich jetzt? Na, komm her, komm her, ha, 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 ha Leg sie mit Juli an! Puh, ey Ich brauch' ne Waffe Ich brauch' ne Waffe Ich brauch' ne Waffe Ich glaub', das soll ich mir als nächstes Komm runter Komm Nix Könnt ihr Level 60 Alter, das kenn' ich im normalen Minecraft gar nicht Ich will nicht schlafen, könnt' ich auch Hey, eigentlich gute Idee So, ich brauch' ich alles Na, das hätte jetzt eher weniger gebraucht Ich weiß Frag' mich nicht, wieso ich eigentlich das ganze Essen mitnehme Ich kann's euch nicht sagen Keine Ahnung Wieso Will ich alles mitnehme Schau' hier noch auf, Mann Krieg' nix mehr rein So Was fehlt noch? Oh, da hinten ist nur einer Appelschnisch, du So, wie mach' ich das jetzt? Wie krieg' ich denn jetzt down? Angriff, Angriff Komm her Komm her Steh' jetzt weg Oh, sehr gut Ja, gut Fenix Feather Versponung Und den Die Die Links Da Projenig